hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass du wieder einschaltest zu einer neuen ausgabe der news ja gestern leider nicht gekommen dafür machen wir es heute youtube hat da ein paar kleine problemchen gehabt aber es soll uns nicht stören die news bleiben trotzdem von daher würde ich sagen wir quatschen nicht wir machen los damit starten wir auch direkt mit einer news von dem ebus dem citaro für um sie zwei wir hatten ja bereits schon vergangene woche darüber berichtet gehabt dass ein neuer dlc erscheinen soll für um sie zwei jetzt wissen was genau am 4 juni 2020 ist es soweit das ganze kostet 9,95 euro und stammt natürlich von darius bode zeitgleich wird dann auch wohl ein neues kostenloses update für die karte hafen city erscheinen darüber ist noch nichts wirklich bekannt aber wir wissen zumindest wie gesagt wann der dlc zumindest erscheinen wird das ganze natürlich von aerosoft wurde das ganze schon preisgegeben wir sind auf jeden fall gespannt freuen uns sehr auf den dlc und wenn dieser natürlich da ist wenn wir uns den selbstverständlich direkt anschauen wir gehen weiter bleiben bei um sie und zwar ist hier geplant von projekt potsdam der hier gerade am basteln ist eines neuen volvos en02 der bvg soll wohl für um sie erscheinen und eventuell sogar für lotus der volvo bvg wird ein addon für den lotus und ormsi simulator sein er wird voraussichtlich ende nächsten jahres erscheinen wo steht noch nicht fest ob freeware oder payware ist noch nicht klar es wird ihn in der bvg-version und einer neutralen version geben es werden so gut es geht alle funktionen umgesetzt der momentane stand ist dass der wagenkasten soweit fertig ist und das repaint auch je nachdem ob er freeware oder payware wird sind die scripts selber geschrieben oder halt nicht soweit die aussage von projekt potsdam vielen dank für die news übrigens ja dass du uns das ganze zukommen lassen hast also hier gibt es keinen link dafür das wurde uns direkt auf discord geschickt weil das ganze natürlich hier erscheint habt ihr soweit auch gehört eventuell ende nächsten jahr soweit wir neue informationen haben von projekt potsdam werdet ihr sie natürlich von uns erfahren wir bleiben bei projekt potsdam denn auch weiterhin ist ein weiteres kleines future geplant und zwar handelt es sich hierbei um das atron afr 4.10 wird in den folgenden bussen denn vorhanden sein in dem man dl citaro c2 solaris und der mercedes benz le er ist freeware und wird voraussichtlich im august kommen es werden alle funktionen in klammern naja fast alle bedienbar sein und es wird ein handbuch geben um ihn noch in anderen bussen mit einzubauen er wird in der webdisk erscheinen das projekt kann in der webdisk links unten auf meinem youtube kanal und auf mein insta der busfahrer 9 verfolgt werden alles an dem drucker wurde und wird selbst erstellt es wird zwei versionen geben einmal bvg und pm regelbus so steht das ganze so wurde uns das ganze übermittelt hier von projekt potsdam pack euch natürlich alles unten in die video beschreibung mit rein dann könnt ihr euch das ganze dem dementsprechend angucken und eventuell sogar folgen wenn ihr möchtet um sie ist natürlich bekannt auch für weitere busse und sowohl hat ein kleines bild veröffentlicht soweit dazu sowohl hat er das bild veröffentlicht welche neue busse für um sie zwei zeigen ältere ml modelle in gewohnter so qualität fragezeichen aktuell ist nicht wirklich viel bekannt außer diesem bild was es damit auf sich hat werden wir bestimmt bald erfahren hierzu wurde aktuell nichts geschrieben oder sonstiges mal gucken wann sowohl da mal mit ersten informationen rausrückt berlin buch ist natürlich von omsi 2 bvg fahrzeuge und co natürlich schon bereits bekannt nun ist es fast soweit die map berlin buch geht in die open beta ich habe mich dazu entschieden trotz des geringen inhalts und der tatsache dass die map kaum bis keine originalen gebäude hat mit der beta version 5.0 zu veröffentlichen es ist ein riskanter schritt den ich aber wage sollten aber die kommentare bemerkungen nur negativ sein werde ich die map offline nehmen und gar nicht veröffentlichen es mindert die lust dann an zweiter arbeiten die jetzt schon fehlt aktuell ist die map bei der version beta 4.7.1 wir haben natürlich schon einen duften einen eindruck davon gewinnen von der karte berlin buch und da kam schon sehr viel positives feedback also gehe ich davon aus dass es auch weiterhin so bestehen bleibt es ist eine semi reale karte die linienführung stimmt aber die gebäude halt die sind natürlich noch nicht da wenn ich natürlich ja ihr gerne helfen möchtet denn schreibt doch einfach mal um sie zwei bvg fahrzeuge und co an vielleicht könnt ihr euch ja dem projekt damit anschließen aber wann das ganze projekt denn endlich jetzt erscheint ist noch nicht bekannt sobald wir hier aber neue informationen haben dann erfahrt ihr das natürlich auch selbstverständlich hier bei uns wir rutschen mal zum train zum world denn hier gab es eine neue ankündigung und zwar die br class 20 die jetzt für steam ps4 und xbox one erscheinen sollen so heißt es nehmen sie die kontrolle einer wahren ikone der britisch traction die br class 20 oder als liebevoller bekannter the shopper wird jetzt demnächst in train zum world erscheinen wann es hier einen genauen release gibt ist noch nicht bekannt was das ganze kosten auch noch nicht aber wir gehen davon aus dass die gewohnte preisqualität sein wird wir halten euch dementsprechend natürlich weiterhin auf dem laufenden eventuell ja demnächst auch mal eine neue strecke für train zum world wäre natürlich auch mal was feines gbe meldet sich zurück mit weiteren weiteren bildern und neuen informationen zu der vogelflug linie die vogelflug linie wurde nach dem weg benannt denen zugflüge seit jahrtausende wählen wenn sie im frühjahr zu den brutplätzen in den norden und im herbst wieder zu den winterquartieren in den süden ziehen eisenbahn und europa straße 4 führen von hamburg über lübeck und die 973 meter lange fährmannsbrücke nach puttgarten auf fährmann die vogelflug linie bildet über fährmann eine der wichtigsten internationalen verbindungen für europäische züge zum beispiel von kopenhagen nach paris bitte einsteigen und türen schließen diese strecke führt von lübeck über uldenburg nach fährmann um den fähranlegern puttgarten zu erreichen die bereiche lübeck und puttgarten bieten dem virtuellen eisenbahner zahlreiche möglichkeiten den rangierverkehr nachzuerleben entladen sie die einlaufenden fähren in puttgarten und stellen sie die entsprechenden züge zusammen das ganze soll wohl 29 euro 70 kosten so steht das aktuell auf der seite von strato den link packe ich euch unten in die video beschreibung was es aber nun letztendlich wirklich kosten wird ist allerdings noch nicht bekannt auch gibt es hier noch keinen release termin oder sonstiges nur die bilder wurden jetzt auf facebook veröffentlicht deswegen teilen wir sie gerne mit euch sobald das ganze projekt natürlich erscheint erfahrt ihr das natürlich hier bei uns in den news selbstverständlich ein letzter dlc ist noch bekannt und zwar der fernbus simulator hat jetzt sein dlc w906 jetzt bekommen der w906 ist ein minibus der extra klasse wird deine fahrgästen mit komfort und effizienz zuverlässig an ihr ziel zu bringt es ist nicht nur ein wirtschaftliches einstiegsfahrzeug für den fuhrpark sondern auch ein sprung in reisequalität für deine passagiere das ganze ist bereits erschienen und kostet 7,95 euro auf steam wer das ganze natürlich schon bereits für den tourist bus simulator gekauft hat sollte diesen hier kostenlos bekommen denn das ganze ist ja gebündelt also kauft ihr den jetzt für den fernbus simulator habt ihn automatisch auch im tourist bus simulator so war es jetzt mit den letzten dlc so wird es auch mit diesen dlc sein genau mal stark davon aus dass es wieder gewohnte thema qualität und damit kommen wir auch bereits schon wieder zum ende unserer news sowie sowie soweit sieht es aus eigentlich sollte sie ja schon sonntag erscheinen da gab es wohl probleme mit youtube deswegen habe das ganze jetzt hier noch mal neu aufgenommen und dementsprechend konnten wir noch die ein oder andere news mit reinpacken aber so weit so gut das war es gewesen eine kleine sache habe ich noch wir veranstalten am kommenden freitag also jetzt am freitag einer leitstellen fahrt im hamburg hafen city ort ja also wenn ihr da bock habt würden wir uns natürlich über rege teilnahme freuen ganz nach dem motto ja wir fahren grün so sieht es halt aus denn der e citaro kommt und dem wollen wir natürlich gebürtigen respekt zollen verdienen keine ahnung wir wollen natürlich eine schöne grüne leitstellen fahrt machen also nur mit hybrid und e-bussen also wenn ihr bock drauf habt kommt vorbei schaut euch an oder fahrt sogar mit wenn wir uns sehr sehr drüber freuen ab 20 uhr beginnt das ganze ich verabschiede mich jetzt bedanke ich sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal